Ach ja, Bosse gibt's ja hier auch noch. Ganz vergessen. Toll. Wow. Gott, fast getroffen worden, ey. Okay. Schmeiß mal hier rüber, bitte. Please. Ja, thank you. So, und jetzt fische ich mir die hier wieder aus der Luft. Erstmal. Komm, zieh dich nach hinten. Dankeschön, zweitmal. Ah, das wird nix. Dritte mal. Nice. Ach ja. Okay, vier Münzen. Oh, ich brauch Leben. Okay, dieses grote, grote, dieses große rote Viech, das irritiert mich ein bisschen. Mist. Okay, ich versuch's noch mal. Naja. Zwei Leben. Das muss besser werden. Okay, Ägypten-Level. Grooven. Okay, ich nehm mich mal mit. Kann ich die nix kaputt machen. Ich glaub, hier hab ich nie was eingesammelt, weil mir das war zu blöd da unten. Lass ich auch mal da... Ups. Da sein. Fick dich. Genau dasselbe Spiel hier. Trank. Fung mal hier hin. Okay. Wunderbar. Fick. Hier hab ich anscheinend noch mitgezogen. So. Geh unter. Tja. Ui. Au. Ui. Okay. Das ist, glaub ich, ganz gut. Nö. Nicht so gut. Doch. Dick, 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 dick. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass die hier was einbauen. Ähm. Im Sinne von... Mist. Ich hab jetzt eigentlich... Oh, scheiße, jetzt knallen im Sinne. Ne, doch nicht. Ähm. Dass sie hier so versteckte Sachen halt reinmachen. Irgendwie. Das wär cool gewesen. Äh. So. Oh, was war das hier? Oh. Ich glaub, ich hab das von der anderen Seite immer gemacht. Weil ihr nicht so nah an den Abgrund ankommt. Es ist halt schon ein bisschen länger her, dass ich hier das letzte Mal gedaddelt hab. So. Sehr gut. Das ging super. Ne, 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 ne. Mach auf. Okay. So. Ah. The Bonus-Chance. Ah. Concentration. Oh man, jetzt hab ich hier wieder so... Jetzt muss ich das unbedingt schaffen. Yes. Nice. 17 Leben. Okay. Es wär jetzt cool, wenn das nochmal passieren würde. Mist. Okay, einen Versuch hab ich noch. Naja. Noch ein Leben. 18 Leben haben wir jetzt. Okay. Level... Welt 2-2. Jetzt gehen wir wieder an die Overworld. Nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Niii. Lass mich hier rein. Okay. Hier wollen wir hin. Nein, nein, nein. Ein Shell. Ach genau, hier kann man ja ein bisschen Herzchen farmen. Die ich jetzt gerade im Moment nicht brauche, aber na gut. Ein Trank. Welp. Mach mal's hier hin. Ein Leben. Beziehungsweise ein... Dings. Ich verwechsel das immer. Ende. Welp. Waaah. Okay. Overworld holen wir mal auch noch da... War ich hier schon drin? Baaah. Ne, ne? Wuh. Kein Herzchen für mich. Es müsste aber glaube ich ein Herzchen kommen. Ich weiß immer noch nicht, bei wieviel... Bei wieviem Gegner man das bekommt. Wahrscheinlich bei 10 oder so. Hier. Lass mich alle in Ruhe. Gibt's noch mal eins, aber ich brauch's nicht. Ich nehm's trotzdem mit. Uh, das ist aber hier ganz schön heftig. Ich glaube, ich bin ja noch nie weitergegangen. Was war denn hier? Ach, ein One-Up. Genau. Ähm. Oder bin ich ja doch weitergegangen? Keine Ahnung. Okay. War das? Ah, hier? Powerblock. Ah, wenigstens ein Pilz. Besser als gar nix, ey. War schon sehr schlecht. Ich kann mir das einfach nicht merken, wo diese Dinger sind. Möchte ich hier rein? Hier sind, glaube ich, Inno-Shells, ne? Ja. Mist. Ja, jetzt könnte ich's wieder gebrauchen, ne? Krieg ich ein Herzchen? Ein Herzchen? Nein, kein Herzchen. Schnell wieder rein. Herzchen? Nein. Dann vielleicht im nächsten. Oh Gott. Ich möchte nicht gegen dieses... grüne Mutterfick... Ich lass das jetzt da stehen, wie's ist. Gibt eh nur... Sodom und Gomorra. Fuck, fuck. Oh, das war so klar. Nein! Warum denn? Mann, dass die mir immer hinterherlaufen müssen. Jetzt hab ich nur noch 18 Leben. So, stirb. Das ist ihm egal. Toll. äh. So. So. Weiter. Das war... Genau. Ja, da. Nein, da. always goes on. Das war mir hier, glaube ich, egal, wo ich lang gehe. Ja. Nee, war nicht egal, aber... ... nur richtig gegangen. Okay, Boss. Ach, der da oben. Das habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Hallo. Fuck you. Ach, Mann. Okay, wenn ich schnell genug bin und der nicht so nah an mir dran steht, dann kann man das auch schaffen, wieder da hochzukommen. Nun, ich hätte gerne ein Herzchen. Ah, nur eine Münze? Okay, ich versuche wieder mein Bestes. Mist! Ich versuche dann aber auch erst gar nicht mehr noch irgendwie ein Leben zu bekommen. Naja, ein Leben dazu. Level... äh, Welt 2, 3. Wuh! Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern, ey. Schlimm. Ah, genau. So. Ganz wichtig. Okay. Fliegeviecher, ne? Aber ich habe gelesen, wie man hier oben hinkommt. So, aber mit Hilfe... ... von so einem Vieh hier. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. So. Gehen wir mal hier oben rein. Boah, fuck, Mann. Okay, genau den Trank gefunden. Ähm... Oh, und ein Leben. Also kein Leben, sondern dieses Ding hier. Pilz. Okay, was ist denn, wenn wir jetzt... ... so machen? Okay, nochmal der Trank. Können wir dann hier die Seite noch aufräumen? Oh, das war jetzt sehr doof von mir. Man kann es ja mal ausprobieren. Nee. Oder habe ich die schon? Nee, das geht... Okay, das geht nur einmal. Das ist gut zu wissen. Was haben wir denn hier noch? Eine Uhr. Toll. Das bringt mir hier auch sehr viel. Na gut, haben wir schon mal ein paar Münzen... ... gesammelt. Was macht's? Das ist ja noch nie. Ja, broke. Oh, es geht um...